Mann doch, ich komme heute aber auch nicht mehr, jetzt war ich gerade kurz oben, viel zu heiß, bin ich wieder in den Keller gegangen. Und was sehe ich? Islamverbände verschweigen Terror-Motiv. Hier, liebe Wutbürgerkanäle, da muss man nochmal drüber berichten. Anschlag in Solingen, ja, Islamverbände verschweigen das Motiv. Was ist das? Interessantes Gebäude, die große DITIB-Moschee in Köln. Auch DITIB verschweigt den islamistischen Hintergrund der Tat in Solingen. Warum denn nur? Wieso denn? Nach dem islamistischen Anschlag in Solingen, drei tote, acht Verletzte, haben sich auch die Islamverbände zu Wort gemeldet. Würde ich mir jetzt wünschen, dass die sagen, bitte benutzt unsere Religion nicht, um euren Hass auf andere Menschen auszuüben oder zu entschuldigen oder so weiter. Aber nö, gar nichts. Auffällig ist, was die Verbände in ihren Stellungnahmen nicht sagen. Sie nennen den islamistischen Hintergrund des Anschlags mit keinem Wort. Der sogenannte Zentralrat der Muslime, ZMD, der aus der Türkei gesteuerte DITIB-Verband, kontrolliert zahlreiche Moscheen, und die einflussreiche islamische Gemeinschaft Miligöros, IGMG, bleiben in ihren Stellungnahmen bei Allgemeinplätzen. Allgemeinplätzen? Okay. Sie sprechen von einem schrecklichen Messeangriff, einem Angriff auf uns, durch uns, nicht auf uns, und warnen, dass die Gesellschaft sich nicht spalten lassen dürfe. Davon, dass der IS den Anschlag für sich reklamiert hat und alles auf islamistischen Terror deutet, sagen sie nichts. Das ist ja überraschend. Islamexperte Ehren Güvercin, 34, selbst Muslim und Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, sagt zu BILD, DITIB, ZMD, IGMG und Co. möchten zwar gerne Religionsgemeinschaften sein, verlieren aber in ihren Stellungnahmen kein einziges Wort zum Tatmotiv. Nicht nach Mannheim und auch nicht jetzt nach Solingen. Fakt ist, laut Bekennervideo hat der Täter in Solingen im Namen des Islam und des IS zugestochen, als Rache für den Krieg in Gaza. Zur Erinnerung, Auslöser des Krieges war der Terroranschlag der ebenfalls islamistischen Terroristen der Hamas. Am 7. Oktober des vergangenen Jahres, rund 1200 Menschen haben die Terroristen dabei ermordet, geschlachtet. Geschlachtet. Die haben sich verhalten wie Tiere und haben Menschen abgeschlachtet. Ob alt, ob schwanger, schwanger mit Kind, alles völlig egal. Geschlachtet. All das lassen die Islamverbände in ihren Statements aus. Wohlbewusst. Ach was, das ist ja mal ein Ding. Warum denn nur? Gügacin zu BILD, wenn wir nach Halle und Hanau vor allem über die ideologischen Hintergründe des rechtsextremistischen Terrors sprechen, schweigen muslimische Verbände zum islamischen Hintergrund der Tat von Solingen. Der Experte stellt die Frage, handeln so Kooperationspartner unserer Religionspolitik? Nein, sind sie auch nicht. Und was sagt das über unsere Religionspolitik aus, dass diese Realität von den muslimischen Verbänden verdrängt wird? Ehren Gügacin konstatiert, mit dieser Haltung sind die Verbände kein Partner im Kampf gegen den religiösen Extremismus. Sie bekunden ihre Anteilnahme, was ich auch ernst nehme. Aber mit der Haltung Islamismus habe rein gar nichts mit dem Islam zu tun, sind die nicht Teil der Lösung. Und sie tun damit den Muslimen in Deutschland keinen Gefallen. Ja, absolut, absolut richtig. Ich vermisse das generell, dass im großen Stile Islam, die haben ja nicht nur einen, ist ja nicht so, dass wir da den Papst haben. Die haben da halt ihre, naja, dass sich jedenfalls irgendwelche Oberhäupte der Gemeinden da vielleicht mal nach außen hin ein bisschen offener und ehrlicher geben. Dass sie auch ihren Besuchern in den Moscheen klar machen, dass so etwas nicht geht, dass man so etwas nicht möchte und dass man so etwas auch nicht toleriert. Also wäre es meine Religion, würde ich doch zusehen, dass eben bestimmte Leute sie nicht für solche Terrortaten missbrauchen. Es gab Umfragen in Gaza, wo die Zivilbevölkerung gefragt wurde, was sie von den Angriffen der Hamas auf Israel halten würden. Ja, gab es damals. Soweit ich mich erinnere, waren 75 Prozent der Bevölkerung hatten dafür durchaus Verständnis. Meiner Meinung nach, nur meiner persönlichen Meinung nach, sind viele Moscheen einfach nur zentralen zur Verteilung von Intoleranz und Hass. Meiner Meinung nach, nicht alle. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Was ein Tag heute, ehrlich. So, wieder zurück zum Zaun. Ich habe die acht Minuten noch nicht voll. Wie soll ich denn da Werbung reinbringen? Och, egal. Ichcoloredte Gott. Was ist ein Tag? Ich danke. lynisha. 什么 frequencies. Ich dankegenommen.